Für alle, die das Gefühl auf zwei Rädern vermissen. Beim Wiederaufsteigertraining erproben Sie das Motorradfahren von Neuem. Alles, was Sie zur Teilnahme benötigen, ist Ihr Motorradführerschein. Die gesamte Ausrüstung, vom Helm bis zu den Schuhen, wird Ihnen in Ihrer Größe gestellt. Auch Ihr modernes Übungsmotorrad von BMW wartet schon vor Ort auf Sie. Ich bin ein bisschen nervös. Ich weiß nicht, ob das mit dem Motorradfahren noch so klappt, wie das früher mal war. Aber ich freue mich auf den Tag und lasse mich überraschen. Los geht's ganz am Anfang. In einer kleinen Gruppe wird ausprobiert und neu geübt. Dabei ist für alle Fragen ein offenes Ohr. Ja, es ist ein ganz entspanntes Training. Ich komme an meine Grenzen, aber nicht darüber hinaus. Ich kann sehr viel Erfahrung mitnehmen. Gefällt mir unheimlich gut. Den Großteil der sieben Übungseinheiten verbringen Sie auf dem Motorrad. Wie ist die richtige Sitzposition? Wie war das mit der Kupplung? Wie stark reagiert die Bremse? Auch hier gilt, ein Schritt nach dem anderen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach geht, wieder ins Motorradfahren reinzukommen. Es hätte einen wahnsinnigen Spaß gemacht, der heutige Tag. Sobald Sie die Maschine im Griff haben, können Sie sich in die ersten Kurven wagen. Und schon schnuppern Sie wieder Motorradluft. Wir wünschen viel Spaß. Gut. Aber das hat er nicht gehört, dass Ihr Lehrer aufmerksam ist. Aber das ist die Schritte an diesen Kupplung. Ihr habt Ihr Peygamber, dieser Krieg, der Kupplung, der Kupplung, der Kupplung, der Kupplung, der Kupplung, der Kupplung, der Kupplung oder Kupplung, der Kupplung, der Kupplung, der Kupplung. Vielen Dank.